So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO bzw. es ist wieder Zeit für ein Gewinnspiel. Und ihr werdet jetzt denken, hä, was, wie? Dieses Video nehme ich einmal auf, aber ich werde es zweimal hochladen, weil ich habe vier Rüstungs Mewtwo auf diesem Account. Und die sind von 2019, die meisten sind aus Röhmhill bzw. das ist sogar vom 16.07.2019, das ist mein Geburtstag, der 16.07. Aber egal, zurück zum Thema, ich habe vier Rüstungs Mewtwo und ich möchte zwei Gewinnspiele machen, wo ich mit diesem Video zwei Stück verlosen möchte. Und dasselbe Video nochmal hochladen, um die anderen zwei auch hochzuladen. Ich mache mir ja nicht die Mühe und mache nochmal ein neues Video, wenn im Prinzip die Bedingungen und alles gleich sind. Das heißt, ich werde dieses Video zweimal hochladen und ihr habt zweimal die Möglichkeit, zwei Rüstungs Mewtwo zu gewinnen bzw. eins, weil ihr werdet ja ausgelost. Die Nachfrage ist nämlich da. Die Nachfrage kommt immer wieder mal. Hat jemand ein Rüstungs Mewtwo? Thomas sagt immer, er hat noch ein paar Rüstungs Mewtwo. Wollen wir die nicht mal rausholen, raushauen an die Community, sowas? Und ich habe gesehen, auf dem Account, den ich nicht brauche, der gar nicht bespielt wird, sind vier Rüstungs Mewtwo drauf. Deswegen möchte ich jetzt dieses Video machen. Das würde an einem Dienstag hochgeladen werden und dann habt ihr eine Woche Zeit bis zum Montag, wo das dann ausgelost wird. Gewinnspiele laufen bei mir eigentlich immer so ab, dass es dienstags ein Gewinnspielvideo gibt und Montag bei Chill mit Ramses im Stream ab 20 Uhr auf YouTube wird das dann ausgelost. Die Auslosung findet aber um 21 Uhr statt. Also der Stream, Chill mit Ramses Stream, montags immer 20 Uhr. Die Auslosung im Stream aber um 21 Uhr. Das ist, da werden wieder die Leute fragen, wann ist Verlosung und wann ist der Stream und im Stream fragen sie 20 Uhr 10, war die Verlosung schon? Es ist ja immer das Gleiche. Was ihr machen müsst, um mitzumachen, ist natürlich hier einen Kommentar unter das Video schreiben. Und den habe ich diesmal ein bisschen ausführlicher gemacht, ein bisschen kniffliger. Aber ich habe euch gleichzeitig auch eine Tabelle angefertigt, um euch zu helfen. Ich möchte nämlich einen Kommentar unter diesem Video. Alle Kommentare, die hier drunter schreiben, machen nämlich mit. Doppelte User werden eh rausgefiltert. Braucht ihr also nicht 30 Mal denselben Kommentar schreiben. Und ich möchte folgende Angaben von euch. Macht bitte auch das so durchnummeriert. Ich achte da wirklich haargenau diesmal drauf. So durchnummeriert von 1 bis 7 untereinander eure Antworten. Am besten schreibt ihr aber auch das Wort so hin wie da. Und schreibt hinter die Sachen eure Antworten, dass man auch überhaupt weiß, um was es geht und was es ist. Erstens, Trainername. Das ist wichtig. Wie heißt ihr denn? Euer Trainername im Spiel ist ja sicherlich anders als euer Trainer... Als euer YouTube-Account. Wie der heißt. Ihr heißt ja bei YouTube anders als vielleicht in Pokémon Go. Deswegen brauche ich erstmal euren Trainernamen. Den Trainercode sparen wir uns. Da gab es nämlich immer Probleme, dass manche Kommentare nicht angezeigt wurden, weil da so wilde Nummern rumstanden und die dachten, das sind Telefonnummern oder Bankdaten oder keine Ahnung. Also erstens, Trainername. Zweitens, eine Angabe darüber. Wie viele Mewtwo habt ihr schon? Für mich ist ja wichtig. Habt ihr schon eins registriert und man kann es günstig tauschen? Oder muss man leveln, weil ihr noch gar keins habt und es ist mega teuer? Da zählen alle normalen Mewtwo rein. Da müsst ihr aufpassen. Das ist kompliziert. Nur normale Mewtwo. Ganz normale Mewtwo. Keine Shinies, keine Kryptos, keine Rüstungs-Mewtos. Wie viele normale Mewtwo habt ihr? Bei Punkt 2. Wie viele Shiny-Mewtwo ihr habt? Kommt bei Punkt 3. Wie viele Krypto-Mewtwo ihr habt? Kommt bei Punkt 4. Wie viele Rüstungs-Mewtwos ihr habt? Es gibt ja sicherlich Leute, die haben vielleicht einen Rüstungs-Mewtwo. Würden aber beim Gewinnspiel mitmachen, damit sie ihrs wegtauschen können und eins auch wieder kriegen. Was vielleicht dann durch Lucky Trade oder so ganz gut wird. Also das sind alles immer nur Zahlen. Trainername ist Name. Mewtwo. Wie viele normale Mewtwos? Wie viele Shiny-Mewtwos? Wie viele Krypto-Mewtwos? Wie viele Rüstungs-Mewtwos? Wer wirklich gar nichts hat, muss halt überall 0 hinschreiben. Aber vielleicht gibt es einen, der sagt, er hat 10 Mewtwos und 9 davon sind Shiny. Das sieht natürlich gut aus. Weil ich möchte eine Mewtwos-Statistik hier. Ich möchte unter diesem Video eine Mewtwos-Statistik von euch. Punkt 2 bis 5. Und dann mal gucken, wer aufgepasst hat und mich schon ein bisschen verfolgt. Oder wer sich die Mühe macht, ein bisschen zu recherchieren. Denn Ramses Hando. Hundo? Hando? Ich habe damals ja eine Jagd auf Mewtwo gemacht, weil ich das 100%ige Mewtwo haben wollte. Habe Streams gemacht. Die gingen manchmal 8 Stunden lang, in denen ich geradet habe, geradet habe, geradet habe, geradet habe, geradet habe. Das 7 Tage die Woche geradet habe. Und die Leute haben mitgemacht, haben mitgeradet. Die Leute haben verfolgt. Hat er sein 100er? Hat er sein 100er? Oh, guck mal, ein 98er Shiny. Wie, der fängt das nicht. Der flüchtet einfach und zieht direkt weiter. Wieso das denn? Das waren so wilde, brutale Zeiten. Aber gerade dieses Pokémon hat mich eben, äh, ja, richtig bei den Eiern gepackt damals. Und es hat ewig gedauert, bis ich endlich mein 100%iges Mewtwo in den Händen halten konnte. Ich hatte schon auch ein, äh, 100%iges Rüstungs-Mewtwo. Aber das Rüstungs-Mewtwo ist ja schwächer. Das Rüstungs-Mewtwo kann auch keine Mega-Entwicklung. Wir wollten also ein normales, 100%iges Mewtwo, was man komplett hochleveln kann und nutzen kann. Wie viele Versuche habe ich gebraucht, beziehungsweise wie viele Raids habe ich gebraucht? Wie viel, wie hoch war die Zahl im Pokédex damals? Bei Gesehene, also nicht bei Gefangene, aber bei Gesehene, die wievielte Nummer war mein 100%iges Mewtwo? Ihr müsstet ja einfach nur nach Ramses, der dicke Mewtwo-Rates-Jagd, wie auch immer, gucken. Der letzte Stream davon, da habe ich es ja dann gefangen. Da wird das auch gesagt. Ansonsten Insider wissen das ja, wie viele ich gebraucht habe. Das ist eine wichtige Zahl. Wer gar keine Ahnung hat, der wartet einfach, bis ein anderer was hinschreibt und schreibt dann einfach die Zahl ab. Wenn der es falsch hat, habt ihr es halt auch falsch. Und als letztes, als siebtes natürlich noch der Hashtag. Hashtag Amoret. Hä? Amoret? Ist das nicht dieser YouTuber? Nein, da steht Armored. Armored. Ein Rüstungs-Mewtwo, also Amored-Mewtwo. Achtet bitte auf die Schreibweise, achtet auf die Groß- und Kleinschreibung, achtet drauf, dass das so geschrieben wird, wie hier. Ihr seht es ja. Ihr könnt es ja von hier einfach abschreiben. Also dieses Video wird an einem Dienstag hochkommen. Ab diesem Dienstag habt ihr Zeit, einen Kommentar unter dieses Video zu machen, wo ihr diese Punkte ausfüllt. Und bitte genau so, eins bis sieben, untereinander, schön ordentlich, Doppelpunkt, Zahl dahinter, euer Trainername, wie viele Normale, wie viele Shinies, wie viele Kryptos, wie viele Rüstungs-Mewtos habt ihr? Wie? Nehmt, wenn ihr mehrere Accounts habt, bitte nur die Angaben von eurem Hauptaccount. Und wie viele Versuche habe ich gebraucht, um ein 100er-Mewtwo damals zu bekommen? Plus dann, als letztes, den Hashtag Armored. Mewtwo. Zusammengeschrieben, so geschrieben, wie es da steht, achtet auf groß und klein. Dann wird am Montag das Ganze ausgelost. 20 Uhr, chill mit Ramses, der Streamer-Montagabend, wo wir immer zusammensitzen am Stammtisch. Dann gucken wir mal ein bisschen Videos und 21 Uhr, Punkt 21 Uhr ist die Verlosung von zwei Rüstungs-Mewtos. Und dann werde ich das Video nochmal hochladen und ihr könnt nochmal Kommentare drunter schreiben, um nochmal die Woche drauf an dem Montag wieder eine Verlosung zu haben. Für die letzten zwei Rüstungs-Mewtosen. Das muss dann erstmal reichen, obwohl ich auf einem anderen Account gesehen habe, da sind auch noch fünf Stück drauf. Aber wir wollen ja die Leute nicht so überfordern. Und vier Stück mit einmal raushauen, finde ich zu krass. Weil dafür ist das Ding trotzdem zu selten und den meisten zu wertvoll. Also probiert es im ersten Gewinnspiel, probiert es im zweiten Gewinnspiel, probiert es bei beiden. Macht mit hin und her. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Ich drücke euch die Daumen. Das mache ich wieder weg. Guckt euch nochmal das Bild an. Guckt euch mal hier den Hund an mit den Bockwürsten. Das sieht lustig aus. Und so viel Gerede für so wenig Inhalt. Aber man muss es ja noch 30 Mal idiotensicher erklären. Dafür, dass es die meisten trotzdem falsch haben. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Wundert euch nicht, denn dieses Video kommt zweimal. Ciao.